auf der Kasse ist das wieder auf Mario ist der Bahnhof schon fertig Knauze ich bin auch nicht was du was du ihm gezeigt haben könntest ich bin wieder zuhause und Mario und du? ich bin auch ich glaube ich war gerade bei Clemens Friendly Firehard 190.000 ey scheiße wie schnell 190 wieviel hatten die gesamtletztes Jahr eingenommen 190 ich weiß nicht wieviel letztes Jahr war heute ist halt fast oder so 2 Stunden 40 Minuten ja wie lange macht ihr das eigentlich nochmal 12 Stunden 12 Stunden mhm also hallo irgendwie fängt es im Moment öfters mal an zu lenken ja hab ich auch auf und so hätten wir jetzt noch diese 64 Megabyte Ram mehr ne es wird einfach jetzt nacht ernsthaft aber was war das so oh Gott es könnte vielleicht an der Welterkundung gehen er hat irgendwie nur noch 4 Balken es ist Schluss, ich hab das ist nicht ich hab die du meinst jetzt grad irgendwie 4 Lebenspunkte m die durch den Wald ist gar nicht so kalt wieder ein Traumdruck ist oder damit ist es dann in der BDF und Sattel finden ja und wer schon da da könnte ich zu den dörfern reiten, richtig handeln, richtig fett handeln und ist ja nice dazu brauchst du eher einen Esel zum fett handeln ja, den brauch ich auch noch satte für den Esel, oder? jo ja, wir haben hier keine Esel ich hab keine Esel bisher gefunden, Leute aber generell brauch ich halt irgendein Tier, damit ich halt schnell da hin komme, damit ich immer zu Fuß gehen muss kann bisher jemand schon reiten, außer ich, oder? ja ja ah ja, ihr beide, äh, hattet ihr mir eigentlich die goldenen Karotten gebraucht? gut, dass du's nochmal sagst mit Sicherheit irgendwann mal gewünscht habt ihr Bock mal so eine Exkursion zu starten, so Nomad-Ferden? im Netzer, oder wo? nee, so das Umfeld zu erkunden im Netzer waren wir eben schon da gibt's drei Monster-Festungen es gibt dich aber gleich bei ihm kurz zu pennen nein, gibt's nicht ich hab mir grad aufgefallen, man kann Kakteen ja, äh, zu Leuchten bringen was? nee, wirklich Kakteen? das wusste ich noch nicht, dass man das machen kann man kann da einfach ne Fackel reinstellen und ja, wenn ihr jetzt schlafen wollt, dann lass ich kurz hier, äh ja, ich muss dann auch aus macht ihr das jetzt, oder nicht? also, ich bin bei meinem Bett, ich kann mich reinlegen ich liege auch ich auch Efi? oh, sind Monstern hier bei oh, Alter ist mit Efi? ok, ich bin auch aus sagt, wenn's Tag ist noch nicht irgendeiner liegt noch nicht ok, ist wieder Tag ich bin drauf ich muss noch das Monster hier bei kurz entfernen Mensch, so viele Hühner hier ach, meine Hexe ich muss mal ein paar Hühner wieder schlachten Alter, warum leckt das hier? Das ist kacke Null Stirb Wurz 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 oder ist das sogar Mehl? Nein, es ist ein Tempel, ist es ein Tempel? Fick ich Wir haben ein Tempel gefunden Live Wurz Markier ihn bloß doch vielleicht gleich nicht nur ein sehr warum markieren wenn er gleich der Grund ist kannst du das TNT mitbringen? es ist halt nur das eine Eigenverwendung warum wofür brauchst du TNT? was willst du noch alles weg springen? das ist ja nur der Warnung es muss ja noch Tunnel gebuddelt werden ah ich würde bezweifle ich dass das mit TNT schneller geht aber ja teilweise als ob ich keine scheiß Kohle mehr habe ich hätte doch mehr Gold wo ist mein ganzes Gold hin? ach ich Idiot einmal Hühner geschlachtet und anderthalb Stacks Hühnchenfleisch lecker er beschäft mich hier chris ich bin in der Hühnchenfleisch 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 glückartig glückartig vielleicht glücklich Gold hätte ich wenn hier hinten ja 19 Gold ist da drin sag ich mal die erste nehmen oder brauchst du das? brauche ich nicht mehr danke was haben wir denn hier? oh ok das ist eigentlich in die Kacke was zum Weg? ah die ist schon mal besser was macht der Weg direkt vor meiner Tür? bei den Tunneln hier gegraben eigentlich welchen Tunnel? den Tunnel hier unten mit den drei Linien den Tunnel hier unten weißt du was für den Tunnel ja wie gesagt wir waren ja beim U-Bahn System schon dabei das hört der Tunnel an alles gut den Tunnel hier unten du bist nur da jetzt hier gekommen bin da auch reingeschwommen äh raus hinschieben wo hatte ich das denn jetzt? ach so von den Inseln aus? ja warte mal kann man damit nie fliegen Level? ach ne jemand drauf Blarp ist oder wie ist das das? eben zwölkst du gerade für Nachwuchs? nein ich geh grad durch den Tunnel hm wieso kann ich nur bei 5 Level verzaubern? wie ist das? ach kacke ähm das kann gar keine Freude brauch ne Feuersteinwene wo ist jetzt das Dings hier hinten funktioniert das Verzauberungssystem äh was jetzt? eben was ist? ich hab blau oder? äh ich weiß nicht musst du Mario fragen ich hab's doch nicht gefunden äh ich weiß es grad nicht eine von den drei Farben die also gelb müsste glaub ich zentral sein dann müsste links du hast das Quarzhaus ne? in der Nähe ja dann müsste links neben Gelb das ist deine sein das kann sein das blau ist links neben Gelb ist blau ja dann hast du das cool hast du eigentlich auch schon mit Alex und Clemens geplant und mit Kevin? nein ok die kamen alle später die haben jetzt kein Recht dazu ja ja ok also ich den Zempel zu Makim macht irgendwie jetzt weniger Sinn ne? der ist leer ja wenn ihr noch Backof Spinnenaugen habt oder äh Träden könnt ihr noch mal hin aber ähm mein Eingang sieht es aber nicht so aus wie das hier unten aussieht nicht mit Steinen kannst du doch bestimmt anpassen oder? ja ja das ganze System wird angepasst das war jetzt erstmal nur so ne grobe Planung aber erstmal zimmer ich hier den scheiß Bahnhof erstmal weiter ja wer hat den Tunnel denn gebaut? den hatte ich halt schon mal angefangen ja dann kann ich verstehen dass du keinen Bock mehr auf Ausgraben hast ja wirklich aber ich hab keinen Sessel gefunden das soll in der Scheiß was ist denn das beim Bogen nochmal das ähm der Feuer Flamme 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 heißt das einfach ne? ja hast du schon mal gefragt Mitty ja ich bin vergesslich Flamme Flamme und beim Schwert ist es Fire Aspekt oder Verbrennung auf Deutsch ja auf Deutsch wo ist denn das ganze Glas eigentlich wo ist denn das ganze Glas eigentlich äh äh Stefan ist da Mensch ich find Stefan ein bisschen wir sind nur irgendwie wieder in dem Bereich wo er nicht hinkommt User was moved to your channel Hallo äh Hallo Stefan und sag hallo YouTube wenn du Bock hast auch hallo YouTube Bye Bye das ist ein bisschen ein bisschen ich habe ja keinem davon neu ist was macht ihr denn gerade überhaupt ich habe als Tempel äh Volkreich ausgeraumt ich habe als Tempel äh Volkreich ausgeraumt ich habe als Tempel gefunden wir haben Sessel besucht Echt? und sie haben, was habt ihr? Festungen, ne? Läser, ja. Läser, also ok. Ich hab noch keinen Satel gefunden, ich hab jetzt einen Tempel, ich hab keinen... Verpiss der Schaf! ...fucking Tempel, aber jetzt hab ich nur goldene Pferderüstung, so ist der immerhin, ne? Und was macht der Bahnhof, Mario? Ich muss jetzt erstmal hier, ich muss die Bauarbeiten unterbrechen hier für eure scheiß gemeinsame Mine. Ich bin deswegen gerade dezent abgefunden. Aber musst du deswegen die Bauarbeiten unterbrechen? Ja, weil ich einfach mitten im Bahnhof da angefangen hab zu zimmern. Ja, das sollte zentral sein. Wenn ich im Bahnhof weiter machen möchte, dann äh... Anders, ne. Ich bin dann außerhalb des Bahnhofes. Sorry, aber du sprichst mir direkt vor die Fresse. Mario, das passt doch, ne? Mit 18 Uhr eröffnen, ne? Nein. Schade. Was? Ich hab schon die Presse informiert. Ja, ja. Mario, das muss jetzt fertig sein. Mario, Mensch. Ihr könnt doch nicht sein. Einschalten. Alter. Michi, hast du übrigens schon gehört, dass da eben so'n Typ wegen so'n Support-Ticket aufm Server war? Ja. Ah, ja. Mit dem haben wir auch gelabert vorhin. Und der hat übrigens auch unseren Chatverlauf gelesen. Jep. Hab ich auch noch mal gehört. Was vielleicht ein bisschen bedenklich ist. Warum? Ja, gut. Ja, weil der Chat eigentlich privat ist. Das stimmt schon. Nicht mehr. Ja, nicht mehr. Wir werden hier auch abgehört, wisst ihr, ne? TeamSpeak auch? Ja. NSA. Ja, weil bei Minecraft, ne? Da sind die krassen, äh... Gangster am Stisse. Ja, wahrscheinlich. Ja, locker. Wo ist der Creeper explodiert? Also ihr kann nichts denn da jetzt so jagen, ist echt scheiße. Alain, was machst du da unten? Stefan. Was? Aua. Wo ist der Creeper, wenn die Luft geht? Jo, ich merk's. Unten der Biene. Holy shit. Nicht im Bahnhof, keine Sorge. Das hat sich so sehr nahe... Wer mich hier? Hm? Wenn du da reingehst, nicht. Beziehungsweise wenn du hier hoch gehst, zu mir auch nicht. Ah. Holy fuck. Ja, gut. Das sieht halt ohne Texture Pack eher fragwürdig aus wegen dem ganzen Glas. Aber... Also von innen... Von außen ist eigentlich nicht so schlimm, aber von innen siehst du halt nichts. Ja, das ist halt... Bei meinem geht es... Ja, ja. Ohne Texture Pack, wie gesagt. Mal gucken, wie das da aussieht. So, hab ich doch Schilder. Hat jemand Feuersteine zu viel? Oh ja, okay. Ohne dieses halt wirklich. Ich hab glaube ich nur noch 6 Stück. Ich hab nämlich ein paar mehr. Ohne siehst du halt so nach dem Motto nicht raus. Punkt. Und mir fällt gerade erst auf, gut, dass ich das mal ohne... Mache, dass das mit Sandstein hier teilweise noch ist. Ich dachte, das wäre schon mittlerweile das Quartz gewesen. Ja, Quartz sieht eigentlich ganz gut aus so, aber... Ja, das Glas. Ja, ich war aber so, dass es mit Tankstab gut aussieht. Ja, ja, klar. Gleich wieder da. Also springen wir kurz hier raus. Und da rieß Christian die halbe Hütte ab. Ja. Können wir eben... Nein. Nein. Ich bin unterwegs, hab kein Bett dabei. Und ich lock mich nicht aus, weil ich auf dem Fertsitz... Wo hast du das Problem, auf dem Fertsitz auszurücken? Ja, ich könnte weg sein. Super, da kann ich aber keine Worte fällen wegen Zombies. Ist das witzend. Also, ganz ehrlich, seitdem dieses... Dieses, ähm... Dingsystem, dieses Kampfsystem überarbeitet wurde, hasse ich es. Ja. Jo. Also nicht schon lange her? Ja, ja. Keine Ahnung. Hat irgendjemand nen Enchantment-Table mit vollen Bücherregalen? Ja. Ja, das ist immer noch unser Gemeinschaftsprojekt. Bei mir auf der Insel, der Turm. Ah, ok. Da auch ein Nether-Portal daneben steht. Ah, hallo. Wie geht's? Wie steht's? Kevin? Alles gut? Ach, du bist hier, deswegen. Ja, deswegen. Bin wieder da. Ist heute Abend eigentlich Training, Michi? Ähm... Ich weiß nicht, wie viele Leute sich eingetragen haben. Eigentlich glaube ich nicht eingetragen, aber ich bin da. Da ich von Kai keine Meldung habe? Obwohl, ich bin vielleicht gar nicht da, stimmt. Bin nicht da. Also, da ich von Kai keine Meldung habe, schätzt mich mal eher nicht. Ich glaube, ich bin nicht eingetragen. Glaub ich auch nicht. Oder habt ihr Bock auf Training? Ich bin nicht da, von daher könnt ihr meinetwegen machen. Ich glaube, ich bin auch nicht da, ich weiß es noch nicht, ich bin... Ah, ich bin dann wohl mal langsam tot oder so, weil ich Raust habe. Ja, bloß ich glaube ich dann nicht, aber... Wo ist der Krieger explodiert, was zur Hölle? In der Mine. Wieso höre ich das hier? So, ich habe jetzt hier einen provisorischen Minen-Eingang einfach mal hinter den Bahnhof in die Zimmer, fürs Erste. Ja. Äh... Es faszinierend, wie einfach jedes Mal ein Stück mehr Zaun fehlt an diesem Loch. Ich weiß nicht, wer den Zaun gebrauchen kann. Wie die Zaun dazu, dass man dann nicht runterfällt? Und jedes Mal fehlt an der selben Stelle immer mehr. Ich glaube, die Leute haben... Ähm... Wollen sich selbst umbringen. Für die Ziele bedanken. Eben am Limit. Gibt's nicht auch irgendwie... Ey, ich hasse Kinder, wie kommt das Kind? So, wie geht hier rein? Gibt's sicher auch irgendwie so'n Trank, womit man unter Wasser lange atmen kann? Ja. Da braucht man Kugelfische, glaube ich. Kugelfische, ja. Was hast du denn vor? Damit man besser unter Wasser bauen kann? Ich meine, es geht zwar auch so... Aber es wirkt, denke ich mal... Alles lang ist an mit Tränken? Nein! Ich baue unter Wasser. Ach so. Ich lasse, wir fangen schon damit. Könnt ich mal? Nachdenken. Ist das eine Pistole? Ja. Die geht zum Kopf. Ich pisste auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Äh, ja. So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Die Achterwanne geht so ab. Ich tänze mit der Gänse. Ich tänze mit der Gänse. Ja, aber da... Ähm... Nein! Lass mich! Oh mein Gott! 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 Ähm!